Ja, das hätten wir schon mal gut. Ja, weil du schön leistest. Strich, Absatz, Süd, Strich. Ja, halbe Gründe. Dann gibt dir eine schöne, saubere Fläche. Dann sehen wir auch gut aus. Das heißt, das oder das, wenn wir so kleine Lücken haben, wie jetzt hier oben, dann denkt man auf, ich muss ganz nah herangehen, um ganz klein rumzumachen. Solange wir den mit einer Farbe ausmalen, ist es nicht nötig. Dann müsst ihr einfach nur von weiter weg und einsparen. Und dann ist die Fläche auch schon ausgemacht. So, ich will ganz gerne mal, dass ihr abwechselnd das hier aufprobiert. Ja? Ich geb mal so zwei Farben raus. Weil Leute, ich bin mal schön. Ja. Ja. So, warte. Für alle, die so klein sind es gut, dass euer Zeiterfinger richtig im Handschuh ist. Ja? Der, mit dem ihr magt, der muss der Handschuh richtig sitzen. Ja. Warte mal noch, hier, nur den Zeiterfinger zu. Wenn ihr auch da unten hängt, kriegt die ganze Farbe mal nur gegen den Handschuh. Ja? So, wenn ihr bereit seid, bitte lustig. Ja. Ja.